Hallo, willkommen mit einem Geschehen. Wir laufen gerade weg vor Metal Gear irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Oh, ich glaube, der sieht uns gerade auch nicht, oder? Er weiß nicht genau, wo wir sind. Auf jeden Fall müssen wir ihn irgendwie abschütteln. Allerdings weiß ich nicht genau, wie. Ich glaube, der sieht uns gerade nicht, oder? Wir... Uah! Er sieht uns vielleicht doch. Doch. Auf jeden Fall müssen wir den Helikopter erreichen, der ja dort anscheinend landen möchte. Boah, jetzt wäre so ein Walker cool. Oh, 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 oh. Freie Fläche. Nicht gut, nicht gut. Wo ist der denn? Ah, der sieht uns nicht. Krass. Vielleicht können wir den jetzt auch kaputt machen, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da, Auto. Auto, gut. Oh. Können wir den nehmen? Können wir den nicht nehmen? Ach so. Aber kannst du mal in das Auto ein... Also, das gibt es doch wohl nicht, ey. Oh, nee. Ah, doch keine Sackgasse. Okay. Ich habe gedacht, ich muss jetzt gegen den kämpfen. Äh, was? War ja schon. Wieso? Oh. Was? Was ist das denn? Was war das? Äh, ich kann nichts benutzen, verdammte Scheiße. Oh, der sieht mich. Äh. Ja, ja. Okay. Was war das? Eine Drohne? Keine Ahnung, wo das herkam, aber... War wohl nicht freundlich. Oh, nee. Kommen wir da rüber? Na, komm schon. Na gut. Wie geht's auch? Okay. Und rüber. Hopp, hopp, hopp. Ja, ich wollte... Oh, Gott. Oh, Scheiße. Rennen hinter den Felsen. Woher kam der auf einmal? Verdammt, nochmal. Oh, 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 oh. Oh, Mann. Wohin jetzt? Okay. Oh, ich trau dem nicht. Ich trau ihm nicht. Okay, der sucht da. Oh, oh, oh. Da. Der schießt die Drohnen ab, okay. Ja, sagst du so einfach, ne? Oh, oh, oh. Oh, nee. Hat der mich jetzt gesehen? Oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott. Okay, er hat mich nicht gesehen, oder? Nein. Oh, aber er kommt irgendwie näher. Das ist nicht gut. Ja. Bin ich doch. Hau ab. Geh jetzt weg. Oh, oh, oh. Hat er wieder so Dinge abgeschossen? Kann er mal weggehen? Ich finde ihn ziemlich cool, muss ich ja mal sagen. Den Robo-Heini da. Aber geh jetzt weg, bitte. Such woanders. Oh, der kommt her. Ich habe gesagt, du sollst weggehen. Nicht her. Oh. 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 Der will jetzt aber auch unbedingt. Ja. Vielleicht. Ich will die doch gar nicht da hinschicken. Das ist doch voll gemein. Okay, jetzt geht er aber wirklich, ja. Ja. Gehst du jetzt weg. Wir gehen mal einen Felsen weiter. Ganz vorsichtig. Oh, oh. Oh, Gott. Baaah. Ja, mach hin. Laber nicht. Mach hin. Oh. Hallo. La la la. Ich, äh, kann ich nicht wechseln? Ah. Sehr gerne. Wo ist der? Hä? Hä? Wo? Wo ist der denn? Nein. Da. Da. Ich glaube, das hat gereicht. Oder? Oooo. 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 An upright bipedal weapon. In terms of hominids, it's a Sahelanthropus. How did they complete it without me? We'll hear the rest back at base. Oh, shit. 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 Tausend neue Sachen, schön. Ja, okay. Ein E, ein E, kann ja auch keiner damit rechnen, dass da so ein Monsterviech kommt, ne? Also, naja. Ja. Ja, okay. 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 Ah! 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 The truth serum isn't working. Either some procedure he had done boosted his metabolic enzymes, or he's undergone special gene therapy. What's he saying? Same as six hours ago. I had no idea the nuclear inspection nine years ago was a ruse. Cypher forced me to do their research after the attack. Do you think he had a hand in it? I do. But there's no proof yet. Take a listen to this later. We need proof before we can pass judgment. Keep an eye on him. And don't tell anyone he's here. We'll have him continue his research in there. It's for his own good. The older guys will want his head. We can't guarantee his safety if we let him out. Boss. He mentioned something interesting. The reason why they pulled their plug on the operation in Afghanistan. He said their funding started going to Central Africa instead. Cypher is pursuing new research in Africa. What research? Emmerich doesn't know the details, but one thing he said does make sense. He claims that what they're doing in Africa is the missing piece. A weapon to surpass Metal Gear. Meaning it's not just another nuke. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Okay. Hm, okay. Machen wir doch mal direkt. Äh, ich glaube, so ging das nicht wahr. Ja. D-Dog geht da weg. Okay. Wir könnten natürlich auch mal wieder ein bisschen die Basis angucken. Oh, wir könnten auch mal zu... Dings da. Äh, zu Quiet. Ich glaube, ich gehe mal kurz zu Quiet und... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, ob wir irgendwas tun müssen, damit wir sie als... Als, ey... Als Companion... Wie heißt denn das auf Deutsch? Meine Güte. Begleiter... Mitnehmen können. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Wo ist denn die noch mal? Habe ich euch eigentlich schon mal gezeigt, wo sie ist? Ja, ne? Ähm... Hm. Hm, hm, hm. Wartet mal. Nee, Base Development. Ah, ich glaube hier. Medical Plattform. Oh, nö, hier ist ja wieder Musik. Kann ich wieder... Keine harte Kohle verdienen mit dem... Äh, Video hier. Hallo. Quiet will wieder nichts mit mir unternehmen hier. Hm. Hey. Nein. Nein. Okay. Dann nicht. Tup, tup. Ja, ja. Ich mach das schon. Überlasst das bitte mir, ja? Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Was ist das denn da? Geh mal weg. Geh mal, bitte. Freak, go to hell. Oh, gemein. Oh. Die Arme. Es ist ganz schön neblig, muss ich sagen. Ja, doch. So, hab ich schon mal wieder erfolgreich fünf Minuten lang rumgedödelt hier. Ja, das kann ich gut. Was heißt denn das? Ach so, nee, nee. Geh da mal rein hier. Ja, ja. Tup, tup, tup. Also langsam finde ich diese Szene ja etwas nervig, muss ich sagen. Ne, dieses ständige hin und her fliegen hier und aus dem Fenster gucken. Aber okay, es gehört dazu. So, wow, wir sind schon bei 16 Prozent. Ich weiß nicht, was ich sagen. Hm? Mein altes Freund, Zero, hasn't been seen in public since you left the States. Das war über 10 Jahre alt. Du hast es verstanden, dass er das schuldig für den accidente in your Base in the Caribbean. Aber in diesem Moment, Zero war bereits bedridden. Also, es war nie so richtig, dass Zero die Ordnung hat. Aber jetzt, wenn ich dann gesehen habe, dass ich den Mann, Emmerich war, bin ich sicher, dass er nicht. Ich weiß diesen Mann. Er war unser alten Freund, XO. Ein Mann ohne ein Gesicht. Nicht einen, den du mal aufhören. In der Fall. Skull Face. Is he the one who destroyed your base nine years ago? The Unity commands XOF with Cypher's strike force, but he since split from zero and used XOF to usurp control over Cypher itself. In other words, the Cypher we're hunting isn't zero. Beyond zero is a void that's even darker. Skull face. okay ich habe übrigens schon wieder vergessen zu duschen verdammt aber ich glaube unsere fliegen sind weg vielleicht hat unser geruch die fliegen getötet oder sollen diese kleinen tüdel sachen da fliegen darstellen ich weiß es nicht vielleicht sind jetzt nicht mal mehr fliegen gegen unseren gestank immun tages bonus ja 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 so pechschwarz wir machen mal weiter oh ja ich möchte verbesserte version ausrüsten ja ich weiß jetzt nicht was uns erwartet also ich glaube wir machen jetzt in afrika weiter wir können ja eigentlich mal die dog und das fahrzeug ausgerüstet lassen ja 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 Ich bin von Intel. Der Begriff ist von Mfinda Oilfield, auf der Flüge von der Flüge. Der Spill hat die gesamte Umgebung und Krüge gesetzt. Eine Pipeline, die über die Mouneni-Riefer verabschiede. Jetzt ist die Flüge ein Biss. Nicht zu sagen, die Vierge in der Flüge haben keine Wasser zu trinken. Untertitelung des ZDF, 2020 Then the rebel group United moved in, taking it upon themselves to kickstart operations United's been rapidly modernizing its arsenal Rumor has it someone's been selling them US military hardware Intel's analysis suggests the brokers of front company, Cyphers Keeping tabs on United can tell us who's pulling its strings Oh, yes, it looks oily I don't know I don't know You can't see this You can't see this You can't see this I don't know Oh, Mann. Oh, wir werden hier wahrscheinlich auch wieder viele neue Tiere entdecken. Stimmt, die... Ja, 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 okay, 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 Mann. Äh, ich möchte nämlich die Tiere eigentlich gerne alle fangen. Ich weiß nicht, das werde ich jetzt nicht in jedem Let's Play zeigen. Ist ja irgendwie auch langweilig wahrscheinlich, aber theoretisch... Theoretisch könnten wir auch mal so eine Falle hier aufstellen und dann später hierher kommen und gucken, ob das was gebracht hat oder wahrscheinlich... Okay. Okay. Aha. Ich glaube, wir müssen hier lang. Oh, das sieht so aus. Hallo? Ist da schon jemand oder was? Ähm, ich will trotzdem mal eben so eine Falle aufstellen, weil ich die... Ach genau, Funky, wie heißt das? Die... Ja. Mhm. Alles klar. Ja. Ja, ich bin dir wie immer schon einen Schritt voraus, also bitte. Äh... Moment. Wie geht das jetzt? So viel dazu. Oh. Hä? Wie stelle ich den auf? Die Dog sei bitte ruhig, ja? Ich versuche hier gerade... Wie geht denn das? Äh... Ah, so. Oder? Ach, das ist der Käfig? Für mittelgroße Tiere, oder wie? Oh, ja. Hm, na gut. Ähm... Schauen wir mal, was da... Und ob da was reinkommt. Juhu. Juhu. Naja, wir werden dieses Dorf jetzt leider nicht mehr infiltrieren können. Aber beim nächsten Mal auf jeden Fall. Was können die denn hier so... Na okay, sind jetzt auch nicht toll. Von den Werten. Okay. Naja. Dann mache ich hier erstmal Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüüüss! Mal��고